Hallo meine lieben Freunde willkommen zurück zu Let's Play APB mit dem Bloblet 2599 mit dem Sir Pac-Man und mit einem Special-Gast und zwar den netten Mr. Swisszocker. Yo, moin. Er wird übrigens in der Beschreibung sein. Wir werden heute ein paar Missionen machen mit dem Special-Gast in einem geilen Karren. Wenn ihr so freundlich werdet, drückt bitte alle calm, da wird wir Mission bereiten. Ja, vielen Dank. Und es fängt schon an, da ist noch ein Polizist. Dort war schon ein Polizist. Die zwei Jungs sind übrigens bei mir auch verlinkt, ne. Für alle die jetzt bei mir schauen auch nochmal herzlich hallo und willkommen und so. Ähm, ja. Jetzt sehen wir hier auch mal die Seite der Verbrecher. Wir waren ja letztes Mal immer als Bulle unterwegs. Jetzt machen wir es dem Bullen mal schwer. Ja, genau. Indem wir bei Zug nach B fahren und dort irgendwas verteidigen. Jo. Kann ich eigentlich deine Karre auch fahren? Ja, ne? Äh, wenn du in meiner Gruppe bist, ja. Also in dem Fall jetzt, ja. Sehr gut. Wir können alle unsere Fahrzeuge gegenseitig fahren, ja. Ja, ja, ja. Nur mit meiner Karre will niemand fahren, weil das will die Karre irgendwie schäbig ausschauen. Also ist dieses Pokémon-Auto da? Ja, dieses, dieses, dieser Audi TT-Verschnitt. Oder was ich immer darstellen sollte. Da ist schon ein Bulle, 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 Bulle. Wo? Ich bin blind. Da, 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 da. Ja, ich spür ein paar Einschläge hier in meinem Körper. Eins, zwei, drei. Ich hab ihn. Ja, perfekt. Oh Mann. Kill Klauer. Nein. Ja, Herr Jung. Ähm, ja, eben, wie gesagt, die zwei Jungs sind bei mir auch verlinkt. Einfach mal in der Beschreibung schauen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ab und zu mal was zusammen aufnehmen. Und ja. Auch auf dem Kanal verlinkt. Immer noch. Ja, man weiß ja nicht. Vielleicht denken die Leute nur unter diesem Video. Loll, pass auf, da ist ein, ähm, Bulle. Auf dem Dach. Wo, 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 wo. Auf dem Dach, glaub ich. Loll, ich überleute, wo ist. Ja, er sieht mich. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er hat mich gesehen. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich, ähm, verbläte Granate. Oh, das bist du. Boah. Ich schmeiß mal Glonatze zurück. Oh, der ist auf dem Dach, der ist auf dem Dach. Da oben, da oben, da oben, ja. Warte, ich guck mal, ob ich da auch komme. Das bin gleich tot, das bin gleich tot. Ach, mich, er hat mich gekillt. Mit einem Sniper. Ja, das sind beide, das sind beide. Los, das schafft ihr. Ach, scheiße, ich hab meine Granate nicht ausgerüstet. Fuck. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin einer von hinten. Ja, einen hab ich, ich hab einen, aber die Frau hat mich. Scheiße. Ich komme. Scheiße, das Auto bleibt stehen. Überfahre mich nicht. Dumme Kuh. Komm her. Oh, scheiße. Das war ein explosives Geschenk. Ich komme, ich komme sofort. Scheiße, Bitch, hab mich gekillt. Äh, Problem, wenn's geht, äh, bitte. Das ist mir leid. Ja. Tut mir leid. Ja. Ähm, äh, es ist schon so spät, die hat's getroht. Okay, also los, äh, Auto schnappen und nach, äh, zu G fahren. Wo ist das Auto? Irgendein Auto. Egal was, einfach schnellstmöglich zu gehen. Taxi. So, spawnt? Steigt er aus. Ja, ich bin schon gespawnt. Hi, hi, warte. Pac-Man, warte, bleib stehen, bleib stehen. Ah, komm, komm, komm. Ich fahr vor. Ja, einfach fahren, schnell, 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 hopp, hopp. Mach Platz. So. Und dann müssen wir weiter bewachen, würd ich mal sagen. Was sind das überhaupt? Haben die Premium. Boah, okay, kein Wunder, es wäre... Oh, nee, what? Ich geh unter Beschuss. Im Parkhaus, im Parkhaus, im Parkhaus. Ach, du Scheiße. Mr. Swiss, zocker, pass bitte auf. So, du dürfst sterben. Achtung. Oh Gott. Oh, 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 oh. Von hinten, von hinten. Da ist eine Grate. Oh, ich wurde weggefallen. Im Eingang ist einer. Ich weiß. Wir müssen da, äh, bei Harald, Bombe scharfen. Nein, nein, du killst mich nicht. Leck mich. Fick dich. Alter. Wie die immer unter dem Auto durchschießen können. Dieser Hacker. Ja, nee, ist der unter dem Auto. Ich klicke, ich klicke den, ich klicke den. Wo sei denn? Die mit den Skipern immer. Ähm, ja, das sind, äh, kein... Also, die haben den goldigen Rang. Das bedeutet, man muss über 50 Mal bei jeder Mission gewonnen haben. Also heißt das auf Deutsch, die, äh, spielen lange. Ein bisschen. Au, 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 au. Oh, da kommt das Ganze. Oh, mein Gott, ich sponne immer hier so 10 Meter. Ja, genau, genau. 10 Kilometer Entfernung mit Sniper, ja, ja, ist okay. Muss ich meine Sniper hin? Die ist schon abgelaufen. Die habe ich gegessen. War das da nicht? Oh, nein, bitte. Oh, Mann. Weiß, was, ich nehme das Auto. Geh, per. Steig aus. Oh, warum, äh, läufst du, Loppe? Hallo, keine Ahnung. Ich sage, das ist eine Idee. Oh, nein, nein. Oh, ich bin echt tot, ich bin echt tot, ich bin echt tot. Wir schaffen nicht, los, fahr, los. Schnell. Hier suchen wir uns Sniper. Oh, mein Gott, das ist das, das ist das, das ist das. Oh, wie die Bomben scharf machen müssen. Ähm, scheiße. Oh, mein Gott, ich bin echt tot. Ach du, mein Güte sind immer mehr und nicht. Oh, nein, da haben wir keine Chance, das kann man vergessen. Au, au. Pass auf, was ist das? Nicht drucken, au. Alter. Ja, die, die haben was. Die haben was. Die haben Geld ausgegeben, vor allem. Ein bisschen. Hey, das nächste Mal, ist da? Also, nur der eine. Nur der, die Little Ruster. Und ich voll Spaß, habt mir meine Granaten nicht ausgerüstet, Mann. Ich werde ein paar Granaten dann nach oben, nach Bomben scharf machen. Ja, wenn er keine Granaten hat, geht das schlecht. Und ich habe auch keine mehr. Ich nicht. Ja, genau, und die Granate, die du geworfen hast, ist zurückgespeckt auf mich. Und ich bin in der Luft gehebtet worden, genau. What, what? Ne, achtung, sie ist offenbar. Oh, wo sind die, wo, wo sind die? Auf dem Dach. Auf dem Dach. In der Luft. Ja, 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 in der Luft, ja. Ja, im Aim-Bot. So, jetzt komme ich von hinten. Alter, der bleibt einfach stehen. Ja, wir fliegen, die, die... Ach, da, wow! Okay. Wie ist mir scheißegal, ich stehe einfach hier unten. Ja, ja, süß. Alter, bin... Ey, die Killen, und du... Ja, klar, One-Shot, One-Shot, ist klar. Ich habe meine Füße bis gleich gestorben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Hm, ich glaube nicht. Doch, da ist einer, meine ich, klar. Das ist übel. Das ist übel. Warte kurz, vielleicht kriege ich ihn noch. Ich will ihn unbedingt töten. Au, au. Ich habe ihn, ich habe ihn. Kill assist. Yeah. Und ich habe keine Muni mehr, scheiße. Wow, wow, wow. Soll ich hier noch einen töten? Ja, hast du noch Muni? Hast du noch Muni? Guck hier, Boris, Boris, Boris. Äh, ploppen. Ja, ist durch. Ist durch. Warte. Danke, danke. Wir haben hier trauen. Das schaffen wir nicht mehr. Nee. Naja, jetzt ist es nämlich so Mission. Naja. Autohuern und... Ist schwer. Man, das Auto auf. Ja, klappt ein bisschen. Ja, klar. Steigt ein. Ich bin nicht in den Kofferraum. Naja, dann wird es abgedrückt, wie alle nochmal kamen. Ja. Ist das was? Nee, ich muss erst mal eine Granaten holen. Achso. Ja, okay. Ich meine, das auch wieder weg. Äh. Und dann können wir wieder unseren Van holen. Ernsthaft. Äh, äh. Äh, äh. Ja, dann holen wir unseren Van und dann... ...und dann zeigen wir es den Polizisten. Ach, mit Hähnung von Gott. Ja, überfahren wir den Typen. Nicht, dass du wärst ein Polizisten? Hä, hä, hä. Heute nicht. Hä, hä, hä. Ja, okay, das geht sehr gut. Ja, klar. Von der Türe erschlagen. Okay. Und ich nehm sie grad mit. Ähm, Bomben. Inventor. Leer ändern. Freck Grenade wählen. Warte kurz, hab ich nicht irgendwie was kurz? So, dann gehen wir an den Parkplatz runter. Und treten. Jetzt doch nicht abwöchern. Okay, dann habt ihr alles ausgerüstet? Ja, toll. Lol, wer schießt mich ab? Wer schießt mich ab? Wenig. Lol, die haben mich getötet. Seine Frau. Fast. Ja, weiß ich warum. Weil, oh, alle K noch mal drücken und holen wir nach Hause. Äh, die war wahrscheinlich Polizistin, auf der er Kopfgeld gesetzt war. Miss Swiss, K drücken bitte. Dankeschön. Ähm. Lol, uns hat angefangen. Fuck, please. Ja, ich war. Alle bitte einsteigen. Ja. Und wir haben wieder bewacht. Ja, es war jetzt ganz schlau, dass wir auf der gleichen Seite eingestiegen sind. Hahaha, meiste Leistung. Äh, äh. Ich baller jetzt auf jeden Fall nach vorne. Ja, mach gut. Ich treffe bitte nicht mehr den Kopf, ja. Äh, wieso stamp ich raus? Ja, das ist egal. Ja, du kannst ruhig fahren. Achso, du... Ach, er hat es. 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 Schlecht. Äh, wie war das hier? Intelligenz. Kaum. Ach, hör doch auf. Äh, die kann gar nichts. Du mal, Bob. Die ist gar nicht in der Mission mit. Nein, ich weiß. Oh, hinter. Hinten, 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 hinten. Achtung, Mr. Swiss. Achtung, Mr. Swiss. Weg, weg. Die ist hinter dem Taxi da. Ja, ich weiß. Ja, welchen Taxi... Oh, hab ich so gar nicht... Dann bomben wir halt das Taxi weg. Darf ich dazu... So viel dazu zu bomben. Ja, klar. Hast du Granaten mit? Ja. Gut. Ist der... Ist das ein... Ist das ein... Ich glaube, das war ein weiblicher Weihnachtsmann, war? Ja. Die beiden Männer, die haben zu viel getrunken heute. Alter... Das ist so sehr, was... Was ist denn? Ja, das ist so... Dieses... Das ist so... Russische, oder wie die heißt. Ja, ja. Russische, dumpf, fucken. Du, alter. Die... Die, die nicht raus. Hahaha. Du, das ist so... Ja, gerne. Boah, ey, die lässt mich... Los, ne, das Auto. Ja, boh, wohin willst du? Das war mir fast. Ja, ha, ha. Ah, wir müssen sich hier eine Woche. So, ja, ok. Nein, tut mir leid. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ja. Ja, einen hab ich, einen hab ich, einen hab ich, einen hab ich. Den anderen. Ah, hab ich. Hab sie. Gut, sauber. Sauber, Leute, sauber, sauber. Ich hab immer noch keinen Kill. Ich glaube, das gewinnen wir. Ja, das sieht gut aus. Weil ich hab sie gar noch Premium. Ah, ne. Verguckt. Ich dachte schon. Wollte ja schon angehen. Das kommt wieder ein bisschen besser. Da ist noch, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Der Silberner. Alter, meine Deckung fährt weg. Oh, wow, wow. Wow, die haben gerade mehr ver... oh, scheiße. Ja. Bist du tot? Ja. Die Weihnachtsfrau, Mann, ist... Ah, mit Schneebellen, hab die. Da kam fast ein Schneeball auf mich los. Ich hab die Weihnachtsfrau. Bleib stehen! Was, 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 was? Ich hab, ich hab ihn, ich hab ihn! Achtung, Auto explodiert! Ich hab zwei Animal-Kills, keine Ahnung was. Animals gekillt. Hahaha. Ich hab zwei Schweine getötet. Ja, okay. Hinter... Ne, ich hab auch nicht geschlossen. Oh, heiß, komm. Friendly, Frank. So, du gib mir dein Auto, ich brauch das als Deckung. Dankeschön. Mann, komm, der lebt noch. Ja, nicht mein Auto. Ja, danke. Ja, bitte, immer wieder gerne. Deckung im Arsch. Ja, bitte. Oh, da kommen sie wieder, da kommt der Goldene. Achtung, 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 hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo ist hinten? Hinten, hier. Bei B, bei B, bei B, bei B. Oh, oh Gott, oh Gott, alle Autos explodieren. Geilste Deckung, ever. Ja, wenn du mehr drauf siehst. Oh mein Gott. Spawn, spawn, spawn. Alter, nicht wegen dem jetzt verkacken. Spawn, endlich. Ja, komm, überfahre mich doch noch gleich. Ja, komm nach A. Ja, A. Los, scheiße. Down. Alles wegen, Plopble. Ei, tu mir leid. Immer, er ist schuld. Er. Immer auf die Kleid. Ja, ebzig, klar. Komm, heite los. Da sind sie. Scheiße, scheiße. Was schaffst du los? Überfall die, Pac-Man, überfall die. Da links. Mach sie platt, ist mir scheißegal wie, mach sie platt. Ab ihn. Jawohl, Plopble. Andere auch tot? Ne, aber die Weihnachtsfrau, Mann. Die ist tot. Ist gar nicht. Ja, ich bin in anderen erledigt. G-gast. Bin dabei. Auch zu C, oder? Ich hätte jetzt ein... Achtung, schaß. Ich hätte jetzt einen dummen Witz, den ich in weißen Grunde, aber ich lass es. Okay. Nechtyuk in Freiheit, wie? Doch, doch. Ach, das ist zu dumm, oder wie? Ne, das ist... Ja. Ne, passt gerade nicht. Okay. Ne, ist ja gut. Du musst hier hoch, ne? Glaube ich. Ja, ich hab nur eine Granate hochgeschossen. Ne, muss ich doch. Ach, okay. Hier fliegen schon Granaten, ich bin noch nicht mal richtig da und schon fliegen Granaten. Ja, das war ich. Da, 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 stirrrrp. Wie ein Pirate stirrrrrp. Da kommt ein Auto. Ja, süß. Oh, 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 fett, fett, oooh. Ach du kacke! Bist auch gestorben? Ne, noch nicht. Ich hab sie überfahren. Wie eine Granate. Nur, sie konnte noch eine Granate schmeißen. Egal. Schaffst du? Ja ich muss mal wissen wie man hier hochkommt Ey da ist so hinter so ne Tür Also hinter so ne Mauer Da ist so ne Leiter Hinter ne Mauer ist ne Tür okay Ah ja klar Ja hier Ich bin jetzt genau bei C Ah nein Das hat mir genau gar nix gebracht Da ist eine Das sind zwei Nein nicht töten Ich glaub das sind Die Kali Kali Krupp Einfach sechs Schuss mann Die mit ihrer Orca Die mit ihren Scheißgranaten Mess ich brauch unbedingt Moni Pac-Man Ich brauch deine wundersame Box Meine Süßigkeit im Box Ja Da muss ich nicht viele Süßigkeiten zu nacken Und ein paar Kugeln dazwischen auch Ein bisschen Metall ist immer gut Ein bisschen Leih muss sein Warte 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 Geht Kacken Weck mal ich hab gesagt du sollst warten und nicht wegfahren Achso Ja bei C brauchen wir die Swisszocker Hilfe Ja jetzt nicht mehr Ja Wie schlecht ich die Granate werfe Jetzt zeig mir mal wo man da hochkommt Ja komm hier Ich hab einen gekillt mit Granate Hier hoch Sind beide Sind beide Ja Gib mir Moni Moni Hör doch ab Was machst du Ich dachte ich jetzt keinen Schuss mehr Nehm Nehm Lange jetzt ne Karre und Und geh zu E Ja geh raus aus der Karre Opa Ja Los äh Bloble komm mit Ah Haben sie die Beine gebrochen Los 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 Ja 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 Los du kannst Na das auch noch mal hinten Alarm immer gut Warte kann wohl nicht Auto fahren Okay Auch gut Kann ich auch nicht Äh Du 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 Wie ich ganz wunderschön bewiesen hab Oh 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 Fahr los Fahr los Ah du schießt noch ein bisschen treffend Explodiert ja Ja okay die ist die weggegangen Ja Ich bin da Okay wir sind auch unterwegs nach 200 Metern Ja die eine Tante ist aber schon da Oh 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 Los kann mich schaffst du Wer wird's schaffen die Tante oder Mr. Swisszocker Friss Granate die Tante Bäm Bäm ich bin geschoben yeah Ne ich bin noch da Ah gut Ja Die liegt da unten Mr. Swisszocker was killet Ja Ja erst Granate und dann Headshot Er hat Selbstmord gemacht mit seiner Granate Ja die hat Tante getanzt mit meiner Granate Mhm So Das Auto sieht übrigens voll stylisch aus Meins? Ja Also mein Van Ja Ja vielen Dank Einfach irgendwas draufgeklatscht Wie viel hat der gekostet Wie viel hat der gekostet? Äh Äh 15.000 Dollar Ach du Scheiße Nein Ich will Geld an das Spielgeld Nicht dass du jetzt denkst da Oh der ist so ein Peck und der ist ein Reicher Hm Schleim 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 Da kommen die alle Hab ihn Hab ihn Ja Da war noch einer Da hat die eine noch oder? Ja Von dieser Seite sowie Ja die kommt von überall Hallo Hier ist sie Hier sie sie Hier sie 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 Da irgendwo Nein wir sehen sie nicht Ok dann ist sie gut Ne hier unter der Brücke war sie Ne Ja unter uns ist sie ungefähr Ja Also unter dir Nein unter uns weil du bist ja auch bei mir Da 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 Entschuldige sie Hast du sie? Äh nein sie lebt da noch Sie rennt mit der Akku um Wo bist du? Ich glaub sie geht eher zu Ich bin tot aber ich glaub sie lauft langsam zu mit dem Swisszocker Ich möchte mich nicht täuschen Dann macht sie mir ganz schön mit meiner Granate Ja hier ist sie hier ist sie hier Da 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 Geh Geh doch auf den Schusswinkel Ah du hast mich getötet Ah ja Hab sie auch noch gekillt Au dann kommt der nächste Ficken Sorry Und wieder nimmst du kein Auto schimmst du dich nicht? Granate Bum Hat's was gebracht? Keine Ahnung Ich bin tot Ich bin tot Ich hab ihn ich hab ihn Lola Oh mein Gott ich bin tot Ernsthaft Ja Der von der Seite an mich geht Pass auf da rechts neben dir ist einer An der Strasse An der Strasse Ja genau an der Strasse Ja ich hab noch nen Killestes bekommen Weil ich den noch mit der Granate angebombt hab Alte diese Granaten Diese Granaten Diese Granaten Meine Fresse Da geh ich noch Botenwert Du dumme Piep 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 Scheiße Komm schon Mann Oh jetzt 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 aber Jetzt wüssten wir uns stressen alle Ja komm Gebe voll raus Granate Puuu Die laufen an die Treppen und Wir müssen sie auch mal töten 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 Ja bevor mich nochmal wegfallen Ja Der uns taucht Die mit ihrer Ark Ja die läuft gleich in meine Richtung Da wo ich spawne Nein Mein Spawn wurde blockiert jetzt Ja Wo ist sie dort? Verpacken wir zusammen Au 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 Von wo? Dahinten Dahinten Ach du sie kommt von links Sie kommt so wie sie von links Ja ich hab halt Darf ich sagen was das hier los ist Keine Ahnung Bei wem geht die Post hier ab? Keine Ahnung Ich glaub ihr könnt es nicht sehen Ich hab's headset Ich hab den Weihnachtsmann gefunden Und ich hab den anderen Typ gefunden Alter Schwede Ernsthaft Die mit ihren Granaten Kill sie Mr.SwissDocker Kill sie Keine Muni mehr Nein Nein Ich hab sie gleich Ich hab sie gleich Oh man Komm wir alle treiben Tag bei ihr Klassiker Alter komm das gewinnen wir Ich hab sie Ich muss sie haben Mist also wieviel Leben hat sie denn? Unendlich Hab alles auf sie drauf gefeuert Ja ok Aber Leute es ist nur nichts verloren Ja wir haben Wir haben sie zweimal getötet Und sie haben uns fünfmal getötet Und sie müssen uns achtmal töten Einmal gekillt Die die Frau da Boah Ist doch eine Frage Der andere kann nichts irgendwie Ne der andere ist auch Der ist noch unter mir Der ist ein Level unter mir Mehr Level sogar Hat's geschehen